Öffentlich den Bund fürs Leben zu schließen, ist in Ägypten eine teure Angelegenheit. Für viele Ägypter sprengt das ihr Budget. Die wirtschaftliche Lage des Landes macht uns das Leben schwer. Für junge Leute aus der Mittelschicht ist es unmöglich geworden, einfach so zu heiraten. Viele junge Paare wählen heute eine sogenannte Orphie-Ehe, eine Ehe per privatem Vertrag. Die Verbindung bleibt meistens geheim, sie ist nirgendwo registriert. Kultur und Religion erlauben es nicht, dass ein Paar ohne Heirat zusammen ist. Das ist illegitim, es ist gegen die Religion. Daher geben sich die Paare einen legitimen Anstrich. Die Orphie-Heirat wirkt legitimer, als sie wirklich ist. Aber diese Lösung für Paare mit wenig Geld kann für Frauen teuer werden, wenn die Beziehung auseinanderbricht. Die Orphie-Ehe wird von den religiösen Führern und vom Staat nicht anerkannt. Es gibt eine Menge finanzielle Rechte für Ehefrauen, wie die Mitgift. Und es gibt ein Trennungsgeld nach der Scheidung oder die Rente, wenn der Ehemann stirbt. All diese Rechte gibt es hier nicht. Sogar wenn eine Orphie-Ehe öffentlich gemacht wird, werden die betroffenen Frauen häufig geächtet. Sie können keine offizielle Ehe mehr schließen, manchmal werden sie sogar getötet, um der Familienehre willen. Eine schnelle Heirat, aber mit schweren Konsequenzen.